Neuer Spitzenreiter. Es wäre fast normal. 105,5 im ersten. Geh noch weiter. Der Tami. Der liegt in der Luft, als wenn dann ein Brett runter wäre. Ja, ja, ja. Und auch er ist ein Finne. Der lange Blonde, der die Show nicht ganz vergisst. 107,5. Es geht jetzt wie das Brezelbacken. Der nächste ist der stärkere. Giroud vor Ljokosoy, dann Hölbert. Und wir haben noch Schwarzenberger und Morgenstern. Tami Kinunen.